Ich bin hier im Landwehrkanal viel mit meinem Kanu unterwegs gewesen, mit meinen Kids. Und die lieben es unter diesen Brücken, laut zu schreien oder zu singen, weil die Akustik so toll ist. So, dass es so zwei, drei verschiedene Songs gibt von den Künstlern. Also ich mache meistens mehrere Aufnahmen und dann lasse ich die nochmal aussuchen, welche sie am schönsten fanden, wenn ich mir unsicher bin. Das lade ich dann auf YouTube hoch. Erstmal privat, sodass nur die Künstler das sehen können, wenn sie es dann für gut befinden. Was eigentlich immer der Fall ist, dann mache ich es öffentlich, teile es auf meinem Blog und auf Facebook und Google Plus und solchen Seiten. Ja, und dann kann man sich das angucken. Ich hatte ganz unterschiedliche Leute auf dem Boot. Der erste war ein guter Freund von mir. Er ist Schlagzeuger, aber sehr experimentell. Dann hatte ich auch schon mal eine Geigerin. Ich hatte Bands. Also das Maximum, was hier reingeht, sind drei Bandmitglieder plus mich. Das ist dann schon ziemlich voll. Die meisten Aufnahmen mache ich unter den Brücken hier. Der Landwehrkanal hat diese wunderschönen alten Brücken, die so eine Parabolform haben und eben eine ganz irre Akustik bieten. Ich weiß nicht, wenn man hier klatscht, dann hört man das vielleicht. Und das ist eben für die Musiker immer sehr schön, hier Aufnahmen zu machen. Ich weiß nicht, wenn man hier aufhören kann. Ich weiß nicht, wenn man hier aufhören kann. Ich weiß nicht, wie man hier aufhören kann. Ich weiß nicht, wenn man hier aufhören kann. Ich weiß nicht, wenn man hier aufhören kann. Das stimmt. Das stimmt. Ich weiß nicht, wenn ich meine Zeit jetztacher hay. Im Z viel zu vorbei kann man hier aufhören kann ich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017